Hallo, heute erzähle ich dir was über Kurkuma. Kurkuma kommt bei mir in ganz vielen Rezepten vor und ich supplementiere das ja auch. Also ich nehme das morgens, mittags, abends und ich erkläre dir jetzt ein bisschen, warum ich das tue. Kurkuma wird ja genannt, die Königin der Heilpflanzen. Und Kurkuma enthält Kurkumin und dieses Kurkumin, das ist ein Antioxidant. Antioxidant, also da werden ganz viele Krankheiten damit präventiv behandelt oder auch, wenn sie dann da sind, kann sie damit helfen. Es wirkt antientzündlich, antioxidativ, antikarzinogen, antibakteriell, antimikotisch. Also es ist gegen freie Radikale, es hilft ja gegen Entzündungen im Körper, es hilft gegen Krebs, gegen die Bakterien und gegen Pilze im Körper und, und, und. Und Kurkuma ist sehr wirksam. Es hilft zur Therapie, gegen Krankheiten und als Prophylaxe. Wichtig ist, wenn du Kurkuma nimmst, dann nimmst du bitte kein Supplement, sondern du nimmst das ganz normale Gewürz. Am besten kaufst du dir die Knolle frisch, die gibt es in deinem Supermarkt, die ist einfach zu kriegen. Das sind so kleine Knollen, die sieht ein bisschen aus wie Ingwer. Finde ich super, wenn man das frisch kriegt. Das färbt natürlich, wenn du das reibst, diese Färbekraft, das ist gerade das, was dir hilft, die Antioxidanz. Wenn du das nicht kriegst, dann nimmst du dir ein Bio-Gewürz. Ich würde einfach dieses Bio-Pulver kaufen, ich nehme das ja auch, und kein Supplement, es wurde nachgewiesen, dass die Pflanze an sich, so wie sie ist, am besten hilft. Also das hilft vor allem gegen alle entzündlichen Erkrankungen, vor allem Rheumatoide Arthritis, da wurde auch eine Doppelblindstudie gemacht. Und da hat das Kurkuma, also der Kurkumin, heißt der Wirkstoff im Kurkuma, besser geholfen als das marktführende Medikament. Und beim Lupus erythematodes, das ist ja auch so eine Rheuma-ähnliche Erkrankung mit diesem Schmetterlingsausschlag, hilft das wohl auch, auch bei entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn, also das betrifft ja mich, deswegen nehme ich das, und Colitis ulcerosa, also diesen entzündlichen Darmerkrankungen, auch wohl unterstützend zur Therapie bei Krebs und auch bei entzündlichen Gehirnveränderungen. Also gerade beim Morbus Crohn, da wurde eine Doppelblindstudie gemacht und man hat festgestellt, die Leute haben einen Monat lang ein Viertel Teelöffel bekommen, Kurkumin plus schwarzer Pfeffer, das ist ganz wichtig, im schwarzen Pfeffer ist Piparin und das verstärkt die Wirkung von Kurkuma um das 2000-fache im Blut. Also, und diese haben, ein Teil hat das Kurkuma bekommen, ein anderer Teil in dieser Studie hat ein Placebo bekommen und die Gruppe mit dem Kurkuma, da sind eben 50% in Remission gekommen, bei Morbus Crohn und wenn du das natürlich weiter nimmst, bleibst du in Remission. Das war diese Studie. Kurkuma ist ganz günstig, also wenn du so einen 200-Gramm-Pack kaufst, das kostet 3-4 Euro, dieses Gewürz, du kriegst das eben im Supermarkt beim Rewe oder frisch. Oft gibt es jetzt das auch schon frisch, kannst auch mal nachfragen, manchmal gibt es das auch beim Türken. Ich würde das allerdings in Bio-Qualität kaufen, weil wenn du das nachher frisch benutzt und reibst, du musst die Schale da abmachen, das ist etwas müsselig und färbt, dann brauchst du wieder Handschuhe dafür und es gibt Flecken. Deswegen, frisch kaufen in Bio-Qualität, das kannst du gut verarbeiten. Ich würde dir keine Kapseln empfehlen und kein Präparat eben. Du nimmst das frische und immer in Kombination mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Du nimmst Kurkuma nicht mit Milch, weil Milch ist Gift und auch nicht mit Öl, weil Öl ist auch ungesund. Und man kann Kurkuma nicht rauchen. Also wer die Idee kommt, sich da irgendeine Zigarette zu trennen, man kann Kurkuma nicht rauchen. Ja, also ich nehme das dreimal täglich. Ich versuche das, du kannst das in jedes Gericht mit hineingeben. Und morgens kannst du das als heißes Getränk tragen, mittags bei den Nudeln, als Abendessen kannst du dir auch ein Teegetränk nehmen oder du gibst das in Salat. Also immer Kurkuma und schwarzer Pfeffer, meine Empfehlung. Ja, ich bin schon lange in Remission, ohne Medikament wird der Kurkuma sein. Das war es zum Kurkuma und schauen die Infobox da hoch. Ich schreibe dir da noch ein paar wichtige englischsprachige Videos rein zur Kurkuma und schauen die Infobox. Falls ich irgendwas vergessen habe, steht das dort. Gib mir ein Like, teile das Video, schaue noch ein Video. Ciao. 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 Vielen Dank.